Was bisher geschah in Far Cry Primal. Was bisher geschah in Far Cry Primal. Ja, und damit willkommen zurück zu Far Cry Primal. Meine Güte. Oh mein Gott, was wir schon erlebt haben. Ja, willkommen zurück. Es ist eine neue Aufnahmesession. Ich bin wieder voll im Bilde oder beziehungsweise überhaupt nicht, denn ich hatte eine längere Aufnahmepause. Und ich weiß doch gar nicht mehr, wie hier die Steuerung war. Ich muss selber erstmal gucken, ob wir können. Ja, ist gut. Quatsch mir nie an. Ähm, wir haben irgendwie so ein Symbol. Warte mal, was können wir denn? Wir können Handwerk. Was können wir denn machen? Uh, ach ja stimmt. Wir haben ja den Gefangenen da in der letzten Folge, glaube ich, da. Ah, Feuerbomben können wir herstellen. Wie geil ist das denn? Jawohl, cool. Sehr schön. Und wir können upgraden. Wir haben, Alter, fünf Bombe da. Fünf Fähigkeitsbombe. Was hat denn der Flex da gemacht in den letzten Folgen? Ich weiß es nicht. Hat der so viel gesammelt? Was haben wir denn hier unten? Was ist das denn? Feuerwiderstand verringert den Schaden durch Feuer, den du durch Feuer erleidest. Hm, das klingt interessant. Was haben wir hier noch? Ein Gesundheitsbalken mehr. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Kostet vier Punkte. Oder? Moment. Ne, ich glaube, wir machen... Was haben wir hier? Stelle acht Pfeile anstatt vier. Ne, ich nehme das mit dem Gesundheitsbalken, glaube ich. Und einen Punkt haben wir noch. Da können wir... Ja, Holzstücke sind auf der Minikarte und so. Und Rohstoffe. Ne, wir nutzen ja sowieso nicht die Karte. So, ich weiß gar nicht, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir müssen definitiv auch... Es wird schon wieder dunkel. Wir müssen definitiv auch die Häuser noch ausbauen. Die brauchen, wer selten hier schaut. Ja, super. Stimmt. Äh, Jamens Hütte. Und wir haben da hinten einen Wegpunkt. Da gehen wir mal hin. Ich weiß gar nicht. Ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir... Ach genau, wir sollten zu ihm hier. Genau. Den Roshani von den, äh, Izzila. Den hatten wir ja gefangen genommen. Und da müssen wir mal gucken, was für eine Mission der für uns dort hat. Ja, ist schon, wie gesagt, ein bisschen länger her. Ich habe eine kleine, längere Aufnahmepause gehabt, weil wir haben zwischendurch ja auch, äh, Adam's Venture läuft ja auch auf YouTube und, und The Park ist ja, glaube ich, auch schon durch. Und, ähm, ja, viele, viele Sachen sind durchgemacht. Ich habe eine kleine Hier 앉 Der kann so viele Geheimnisse erzählen, wie er will. So, Saat der Sonne, Mission zum Kartenmenü in Zügeflüge, dann schauen wir doch mal. Der kann mir so viele Geheimnisse erzählen, wie er lustig ist. Oh mein Gott, wir haben doch so viel zu tun. Mission zum Kartenmenü in Zügeflüge, ah hier. Schwierigkeitsgrad, Mittelstiele während einer L-Zieler-Wettlaufsamen für dein Dorf. Ah, beim Wettlauf, das klingt echt spannend. Ich glaube, wir machen mal hier eine Schnellweise hin. Und dann machen wir die Mission mal. Ich lasse mich da mal waschen. Ich traue mich noch nicht, oben zu den anderen Missionen zu gehen. Weil da habe ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich da noch nicht gut ausgerüstet bin. So, da wären wir auch schon. Was haben wir hier schönes Ohr? Nehmen wir mit. Und da geht es wieder los, das lustige Abkrabbeln. So, wo ist denn der? Ach, unser Bär ist auch wieder da. Den kann ich mal eben was... Der hat nicht mehr so viel... Hallo. So viel Leben. Ach ja, unser kleiner Teddybär. Habe ich ihn vermisst. Ich habe ihn ein wenig vermisst, muss ich zugeben. Was habe ich denn hier an Waffen? Ah, die Keule und das... Und die... Und den Bogen. Äh, kleinen Moment bitte. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier im Dunkeln. Dann geht es eigentlich. Aber ich muss den Survival-Modus auch noch im Stream nochmal weiterspielen. Habe ich ja gesagt, ja, Far Cry Friday. Aber das fällt ja jetzt quasi auch so ein bisschen ins Wasser. Durch meinen neuen Job und alles. Und ich bin ja momentan so ein bisschen, äh... Ja, mit meinem Hadern, wann... Wann ich dann streame, ne? Den nächsten Mal. Wie gesagt, Freitag... Freitag, Samstag, Sonntag fällt ja... Oder beziehungsweise Freitag, Samstag fällt ja ins Wasser durch den neuen Job. Da ich ja dann arbeiten muss. Aber ich habe ja gesagt, entweder Dienstags... Dienstag, Mittwoch oder halt... Mittwoch, Donnerstag. Oder halt, äh... Ja, Dienstag oder Donnerstag. 2D-Tage. Habe ich ja auf Facebook auch gepostet. Äh, wann ihr am liebsten, ähm... Ja, einen Stream sehen möchtet. Und alles. Ich schaue gerade mal, vielleicht finden wir auf den Wehchen Hirsch. Aber ich glaube... Ich hoffe, ich weiß noch, wie das funktioniert mit dem Bärenschicken. Dass er angreift. Aber ich bin froh, dass wir den Bären haben an unserer Seite. Den Narbenbären. Nicht den Nasenbären, sondern den Narbenbären. So. Also aufgepasst. Dann gucken wir nochmal. Ja, guck mal, hier ist ein bisschen Holz. Alderholz. Oder Südhornholz. Ich muss nochmal eben hier meinen Stuhl richten. So. Damit ich hier ein bisschen besser sitze. Da leuchtet auch was. Und da müssen wir hin. Ich krabbel nochmal eben das hier ab. Warte. Rundblatt. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal, was die Mission hier für uns bereithält. So. So. Stilwirkend eines Lidlow besamen für deine Dorf. Das mach's mal. Saat der Sonne. Okay. Ähm. Erreiche das Übungsgelände. Wenn ich jetzt weiß, wo das ist. Da. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich weiß gar nicht. Brauchen wir unseren Bären jetzt dafür? Die Musik, äh, vermag schon, ja, vermag schon sehr Gutes. Auch guck mal, hier ist Rotblatt. Das nehmen wir mit. Und Grünblatt nehmen wir auch mit. Gibt unterschiedliche Grünblätter, so wie das aussah. Stiel die, was, Samenbeutel von der Lithia für zu fass. Die Lithia, sie finden. Nein, was mach ich denn? Uah. Obwohl es gar nicht mehr so verkehrt hat. Ah, okay. Da stehen welche. Es ist gar nicht mehr so verkehrt gewesen, dass ich jetzt den... ...unsere Eule gerufen habe. Ich werde mal auf den, äh, Bogen wechseln. Dann mal schauen. Äh. Dass ich die jetzt mal... So. Da ist auch noch jemand. Ich hoffe, ich habe den Langbogen ausgewählt. Äh. Ja, habe ich. Oh. So, der ist schon mal weg. Na, willst du wohl? Ah, sehr schön. Sauber. So. Hast du sehr schön gemacht. Wir müssen die Rohstoffe sammeln. Ich sammle aber auch natürlich auch die Pfeile ein. Hey, das klappte ja super. Na. So, wo ist der andere? Hier. Weil ich möchte gerne meine Pfeile noch einsammeln. Einen Beutel haben wir. Wo war denn der andere? Den wir erledigt haben? Äh. Geh mal... Äh. Hallo. Geh mal bitte an die Seite. Irgendwie finde ich den gerade nicht. Also im Übrigen, ich hätte schon die ganze Zeit jetzt gerade schon viel früher aufgenommen. Aber da... Das Problem ist, ich musste gerade die ganze Zeit auf den DHL-Boden warten. Oder auf den Postboden. Denn, äh... Bei mir ist gerade Doom reingeflattert. Ich habe gerade Doom hier liegen. Und viele von meinen Freunden schreiben mich gerade an und sagen zu mir, Was? Du hast Doom da. Und du spielst Far Cry. Wie kannst du nur Far Cry spielen? Spiel doch Doom. Ja, ich muss ja weiter Far Cry aufnehmen. Ich habe es ja jetzt ein bisschen vor mich her geschoben. Weil, wie gesagt, die anderen Let's Plays noch ein bisschen vorab standen. Und, ähm... Ich werde Doom ja auch im Live-Let's Play spielen. Also im Stream. Ich hoffe natürlich, dass es mit der Quali und so alles geht. Ansonsten muss ich das über die Twitch-App dann machen. Also über die Elgato Game Capture. Ähm... Aber ich werde noch, glaube ich, jede Menge Doom spielen. Ich werde es auch heute nochmal anspielen, privat. Also da unten müssen wir hin und da hin. Ich glaube, ich gehe erstmal nach da. Und, äh... Ich freue mich auch sehr auf dem. Also ich bin echt gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Und so. Da lasse ich mich sehr überraschen. Weil ich kann mich entsinnen. Bei Doom 3... Habe ich... Uah! Oh Gott, wie kommen die denn her? Da müssen wir gar nicht hin. Dann mache ich mal einen großen... Uah! Hallo! Geh mal. Das ist ein Wich. Dann mache ich mal einen großen Bogen rum. Ähm... Bei Doom 3, muss ich sagen, habe ich mich damals echt zwischendurch gewaltig mal in die Hose gemacht. Weil es doch sehr, sehr... Gruselig zwischenzeitlich war. Ich bin gespannt, wie sie es da gemacht haben. Ob es jetzt reiner... Reiner... Ein reiner Shooter ist, den jetzt da... Ob es da wirklich nur ums reine Geballer geht. Oder ob sie auch so ein paar, sag ich mal... So ein paar Sachen reingemacht haben, wo man echt so... So ein bisschen sich gruselt. Ich lasse mich da echt überraschen. Okay, jetzt ist das da oben. Hä? Warte mal, wo ist denn jetzt der... Hä? Wo ist denn jetzt der Punkt hin? Ich bin schon wieder blind. Aber der war doch gerade... Hä? Da unten ist einer. Wo ist denn der andere? Hier war doch noch einer. Sehe ich schon wieder irgendwas nicht? Oder war das da bei denen? Aber dann wird das mir anzeigen jetzt, ne? Oder? Hä? Aber der Punkt war doch da oben gerade. Hä? Hä? Okay, dann gehe ich doch erstmal da lang. Verstehe ich nicht. Wieso ist denn der... Wieso ist denn der Punkt jetzt weg? Es ist mir... Ja, jetzt ist der Punkt wieder da, oder was? Es ist mir ein... Ein Raytel. Er ist doch da oben. Es ist mir echt ein Raytel. Wie schön das... Hä? Bis zwei Sekunden. Was? Verdammt. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen anscheinend. Aua, Alter, was? Mach ihn alle. Ach, Mist, okay. Das wechselt halt immer. Ah, so. Dann soll die mich vielleicht ein bisschen beeilen. Hallo. Wo ist er? Wo ist er? Ah, ich sehe ihn nicht. Jawohl, und die Beute haben wir auch. Sehr schön. Hallo? So, und jetzt müssen wir dann, glaube ich, nach da oben. Müssen wir uns doch ein bisschen beeilen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das... Ja gut, es stand ja, dass es ein Wettlauf ist. Wettlauf. Warte mal, hier oben war ein Enterhagen. Den können wir nutzen. So. Ich hoffe, ich schaffe das. So, oh mein Gott. Alter, jetzt geh einfach mal hoch. Mein Gott, so viele Spiele, die ich jetzt hier... Äh, wo ist er denn? Hin da unten? Ah, die haben uns schon gesehen. Ja, wie super. Hey, das fängt ja super an. Aber ich geh mir erst mal... Oh nein, hier ist ein... Oh nein, hier ist ein schwerer Gegner. Oh, oh. Hallo? Ich muss nur eben was abholen. Ciao. Der soll hier hinkommen. Der soll hier hinkommen. Komm hin. Entkommen aus dem Gebiet. Ja, super. Ich muss da oben entkommen. Das ist natürlich klasse. Ich versuche, den Bären mal hier so ein bisschen hinzulocken. Ich will einfach... Ich will einfach nichts riskieren hier. Kann ich die... Kann ich die einfach freier löschen? Geht auch okay, genau. So, komm mal her. Ich hoffe, die lassen uns jetzt in Ruhe. Ja, fein. Ja, fein. So. Er könnte aber, glaube ich, nochmal was vertragen. Ja, schön. Oh mein Gott, wie mein Telefon jetzt gerade abgeht. Was alle schreien. Es ist zwei Tage vor... Äh, ein Tag vor Release. Ja, mein Gott. Nein. Sollte jetzt... Uah, uah, uah. Alter, uah. Geh weg. Lass das. Jawohl. So hat der Sonne abgeschlossen. Sehr schön. Freue ich mich. Ähm. Okay. Ich schaue auf die Karte. Und würde sagen... Wisst ihr was? Komm, wir machen. Komm, wir machen jetzt mal hier wieder so ein... So ein Außenposten. Dann werde ich mal hier eine Schnellreise hinmachen. Ja. Da sind auch Mammuts wieder in der Nähe. Habe ich gerade auf der Karte entdeckt. Ich hoffe natürlich nicht, dass die uns angreifen. Auf Mammut mal wieder reiten hätte ich auch mal wieder Lust. Kann ich eigentlich auf unseren Bären reiten? War da nicht irgendwas gewesen? Ich probiere das mal. Ich glaube nicht, ne? Bei irgendeinem... Hallo? Bleibt doch... Hallo? Nein, das geht nicht. Okay. So, wir müssen... Wo ist der tolle Wegpunkt, den ich jetzt mal wieder nicht... Ah, da. Weil ich mich da nicht sehe. Wir müssen also da hinten hin. Oh, wie geil das aussieht. Hilfe. Okay, es kommt natürlich nicht an einem... An Scharte dran, aber... Ja. Hui. So. Ah, wie schön. Ich genieße das immer so zwischendurch hier. Ah, wie cool. Mann, warum sind die ausgestorben? Ich glaube, ich werde unseren Bären mal wegschicken. So. Boah, wie geil das ist. Und hier... Und hier... Sehen sie eine Mammutherde. Auf der Suche nach Nahrung. Schön ist es, sich sowas anzusehen. Aber was ist da? Einen Streit unter den anderen Kameraden? Man weiß es nicht. Entschuldigung. So. Mein Gott, ich habe so viel noch zu spielen momentan. Es ist Fallout. Muss ich noch spielen weiter. Uncharted bin ich ja durch. Aber möchte ich ja trotzdem auch noch im Stream zeigen. Ja, hier... Far Cry weiterspielen. Dann kommt jetzt Doom noch auf mich zu. Mein Gott, so viele Sachen. Ich hoffe nicht, dass ich mich damit übernehme. Oh Gott, 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 oh Gott Na Jawohl, haben wir, ne? Hey, mein Freund Hey, wo willst du hin? Hört der zu uns? Na, Alter Bleib doch, sag mal Das gibt's noch nicht, wo will er Na Jetzt kriegst du einen auf die Zwölf Meine Güte Ich glaub's ja wohl Bringt uns ganz vom Weg ab hier Verdammt So, wir sind im Schneegebiet wieder Ganz schön, ganz schön kalt hier Taschen voll, du kannst nichts mehr nehmen, das wüsste ich aber Oh, da ist ein Bär